Zwei Rechse sind da, zwei Rechse! Okay, dann muss ich das jetzt versuchen, ne? Das hilft nichts. Ich versuch's hier, ich versuch's hier mal. Ich hab hinter mir die Kiefer zusammenschnappen gehört. Moins und herzlich willkommen zurück zu unserem wahnsinnigen PvP-Western-Destmatch-Projekt Ark Outlaws. Ich steh hier grad mitten in der Wüste. Und in dieser Sitzung, das ist die zweite Session, wird nicht gestreamt. Der Stream ist offline. Mit dabei sind heute wieder Lea, Mascha, Lone Star, Rizzari als Spectator und der Shadow als absoluter PvP-Killer. Und wir haben einen Plan. Wir wollen uns dieses Mal zu einem Punkt durchschlagen. Ich muss mich jetzt erst mal gleich töten, denn ich muss neu spawnen. Da hinten ist nämlich der Rote Obelist, da muss ich jetzt gleich hinlaufen. Das ist nämlich der Plan. Und ja, wir wollen uns neu aufbauen, und zwar in einer Wüsten-Oase. Eine Oase. Wieso kann ich mich hier nicht töten? Ich muss mich doch irgendwie... Ja! Terrorbird! Schnell, komm zu mir! Ich wollte grad sagen, haben Sie schon wieder Dinos gesehen? Ich hab'n Terrorbird Level 92 hier, der isst mich gerade. Aber es ist spawns, glaube ich, jetzt mal das erste Mal. Das scheint sich funktioniert zu hart. Mittlerz 3, nee, ich bin schon tot. Oh nein! Kurze wichtige Information an der Stelle. Wir haben jetzt vor jeder Session vor, immer Destroy Wild Dinos zu machen, weil wir beim letzten Mal festgestellt haben und auch informiert wurden, dass viele Leute einfach nur eine Bäre in ein Pferd reinstecken und das dann nicht mehr gezähmt werden kann danach, wenn dann andere Leute versuchen, das zu zähmen. Oh, ich bin ganz nah am roten Obelisten gespawnt gerade. Ich bin auch recht nah. Und deswegen machen wir jetzt immer Destroy Wild Dinos, damit jeder die Chance hat, in jeder Session auch ein Pferd zu bekommen, wenn er denn eins braucht. Das ist ganz wichtig. Weil bei Destroy Wild Dinos muss ich nochmal erklären, für die Leute, die es nicht wissen, da werden nur die wilden Dinos, die nicht gezähmt wurden, zerstört und nicht irgendwelche anderen. Ja. Und ich krieg hier wieder kein Holz, ey. Das ist so traurig. Ja, ich war das, ja. Okay, ich hab nicht auf. Ja, ich bin bei dir. Hi. Ja, nice. Ich krieg kein Holz. Ich krieg kein scheiß Holz, ey. Ich hab schon zwei Bäume gekillt. Ich krieg kein Holz. Ja, ich auch nicht. Jetzt hab ich Holz gekriegt. Jetzt hab ich Holz gekriegt. Kannst du mir das abgeben? Doch, auch was. Ja, warte, warte. Ich schmeiß die hin. Ich schmeiß die hin. Moment. Komm hier aus dem Buschen raus. Ja, los. Auf die freie Fläche. Auf die freche Fleie. Ich hab nur vier, fünf nur noch. Ich hab noch schon einen Bogen gemacht. Okay, alles klar, gut. Ah, scheiße, jetzt hab ich ja wieder kein Holz. Moment, ich muss auch noch mal hauen. Ja, gut. Ich hab gut. Ich hab keine Steine, scheiße. Bist du noch da? Ja, bin ich. Ich hab... Hast du Steine? Nein. Scheiße, okay, lass uns weiterlaufen. Ja, ich mach grad Klopprüstung. Ach so, warte. Ich guck, ob ich hier Steine finde. Klopprüstung. Eine Klopprüstung. Die Jürgen Klopprüstung. Wofür der mal Werbung macht hier der Klopprüstung? Ey, das gibt's ja gar nicht. Ich hab zuerst eigentlich gesehen, was ich gemacht habe, als ich direkt eingelacht bin. Aber du hast da auch so dreckig gelacht direkt am Anfang. Das hätte eigentlich gepasst. Nee, ich will mir nicht so schlafen. Hier, hier, am Arschwasserkäfer. Arschwass... Nee, die sind noch nicht voll. Die sind noch nicht voll gelutscht. Aber ich hab trotzdem schon mal gelutscht, weil das ist... Rennst du? Ja. Warum rennst du? Lass uns doch... Lass uns doch ein bisschen langsam gehen noch. Nee, ich will schnell zum Wasserloch. Sei doch entspannt. Das ist doch nix. Nein. Ja, echt. Warte, ich mach mir schnell noch ne Rüstung. Nicht ne einfache. Ne ganz schnelle. Ich hab verstanden. Ich hab übrigens, das ist auch witzig, muss ich auch mal kurz erklären. Ich hab in der letzten Folge war ich so durch den Wind wieder, dass ich gar keinen Fortitude geskillt habe. Was eigentlich total bescheuert ist. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Aber ja, das wird ihr mir wahrscheinlich schon unter die Folgen geschrieben haben. Oder links ist ein Haus. Scheiße, schnell weg. Ja, dann vorbei. Da vorbei sind nun nicht alle Leute auf dem Server. Ja, das müssen wir ausnutzen jetzt. Verprügelt die Häuser. Ich hab Stein, ich hab Stein. Ich kann eine Spitzhacke machen. Ja, ich hab schon. Das ist gut. Wie viel wir bereits haben auf dem Server. Wie viel Leute? 55 bisher. Ja, sauber. Nicht schlecht. Läuft. So, jetzt mach ich mir ne Axt. Und dann mache ich mir Pfeile. Und dann können wir nämlich schon mal ein paar hilflose Tiere töten, damit wir Hype bekommen. Das brauchen wir nämlich gleich. Wir wollen uns nämlich, wie gesagt, an einer Oase neu aufbauen. Der Spot, den wir beim letzten Mal hatten, der ist einfach so krass überlaufen. Da sind so viele Leute, die haben überhaupt keine Chance, uns irgendwie aufzubauen. Deswegen ist der Plan jetzt zum roten Obelisken. Dann da durch eine Höhle, durch den Berg und auf der anderen Seite zu einer Oase, wo wir uns in Ruhe aufbauen können. Wo wirklich niemand sein wird, höchstwahrscheinlich. Jetzt ist nur die spannende Frage, ob der Durchgang, den wir jetzt benutzen wollen am Berg, ob der jetzt frei ist. Oder ob der zugebaut wurde. Das ist so die wichtige Frage jetzt gerade. Das müssen wir jetzt mal klären. Das müssen wir jetzt mal hinlaufen. Ohne zu sterben, natürlich. Das wäre gut. Das dauert immer so lange, bis diese Pfeile fertig sind. Ich habe jetzt 50, ich gehe los. Ich habe 100 jetzt. Ja, los. Ich weiß, es ist viel zu viel eigentlich. Aber egal. Bist du schon am Roten Obelisten? Nee, nicht ganz. Ich überlege gerade, soll ich links oder rechts rum? Ich gehe rechts rum. Ich gehe auch rechts rum. Oh Gott ey, das ist so spannend, weil wir wissen jetzt nicht, was jetzt am Roten Obelisten konkret los ist. Ob da jetzt total viele Leute gebaut haben oder nicht. Bist ein Schaf. Nee. Da fliegt irgendwas rum. Das ist ein Demorphodon, wie es aussieht. Nee, Moment, das ist ein Geier. Quatsch, stimmt. Demorphodons gibt es ja hier nicht. Doch, gibt es schon, aber nur ganz selten. Oh Gott, warte mal. Die Geier gehen auf irgendwas los. Da muss ich jetzt aufpassen. So, warte mal. Bei dir sind die Geier, ist es so unbeschlautig, schon was zu töten? Ja. Ja. Definitiv, ja. Sei vorsichtig. Oh, da unten ist ein Spieler. Wo? Baut er gerade ein Schaf ab? Vor mir. Der haut gerade auf irgendwas ein. Ich baue gerade ein Schaf ab. Dann bist du das wahrscheinlich. Nein, ich habe mich nicht. Ich habe mich halt jemand gefunden. Du bist hier, du haust gerade auf dem Schaf, ne? Ja, ich hau gerade auf dem Schaf, ne? Ja, ich hau gerade auf dem Schaf, ja, ja. Ja, okay, gut. Alles klar, gut, gut, gut. Kann dir heiß abgehen. Ja, genau, stimmt. Aber lass das mal erst machen, wenn wir in der Höhle sind, oder? Oder, okay, schnell, schnell, mach's jetzt, mach nichts. Ich bin, warte, hier. Nein, das ist Pelz, das ist Pelz, das ist Mutorn. Ich habe dir auch heiß getroffen. Ja, okay, da ist Pelz und hier, Moment, und was ist das hier noch? Das ist alles Mutorn, alles Mutti. Ja, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, Moment, ich muss den Rest wegschmeißen, sonst bin ich zu voll. Ja, ich würde halt jetzt alles... Nein, ich würde... Äh, muss, muss reichen jetzt. Oh, ich habe ganz viel Silke. Ich habe ganz viel Silke bekommen irgendwie, 140, als ich da vorhin die Pflänzchen abgegrabscht habe. Okay, los. Los. Aber warte, Moment, ich muss noch Kaktus-Set mitnehmen, das darf ich nicht vergessen. Kaktus-Set. An der rechten Felswand zum Roten Obelisten ist einer mit seinem Pferd unterwegs. Okay, alles klar, da müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein gleich. Hat mich gerade getötet. Oh, also aggressiv. Ja, aber das Pferd ist auch fast tot. Ne, aggressiv, da müssen wir eh davon ausgehen. Ich habe es fast gekriegt. Der Pferd ist fast tot. Ja. Das ist, äh, das ist nice. Sperrbogen. Das war wohl ein Low-Level-Pferd da wahrscheinlich. Halt! Ja, Level 32. Ich bin da mit dem Pferd aufgedacht. Bist du hinter mir, Shadow? Ne, ich bin einmal kurz im Wasserlock, hoffe, dass noch keine Kaktus gespawnt sind. Ja, wir sollten vielleicht zusammenbleiben jetzt, wo wir schon zusammen sind. Oh, scheiße, da ist was gebaut. Direkt vor dieser Ruine. Ich muss jetzt hier schnell Kaktus-Set mitnehmen. Mal ganz schnell mich hier hinhocken. Und hoffen, dass mich da jetzt keiner... Grüß dich! Oh Gott, erschreckt mich nicht so. Gut, dann, wenn ihr jetzt zusammensagt, dann versuche ich durchzugehen, denn genau bei den, äh, genau bei den Betonfelsen, da hat jemand gebaut. Ja, das meine ich ja gerade. Läufst du da gerade lang? Ja, du läufst da gerade lang. Warte mal, ich muss Kaktus-Set noch mitnehmen, das brauche ich gleich zum Bauen. Der hat ja auch gerade angesprochen von BroGamer. Ah, der BroGamer, den kennen wir doch auch. Ich reise gerade, ich suche gerade neues Werkzeug, ich bin gerade falsch gespawnt. Diese Ausreden. Vor allem, er hat einfach schon Lea getötet hier wahrscheinlich. Dann ist es ziemlich wahrscheinlich... So, ich renne jetzt hoch zur Dings. Ja, ich bin auch auf dem Weg gehoben. Ist die Höhle denn jetzt zugebaut eigentlich? Ich bin davor, warte. Sieht nicht so aus, oder? Ist noch offen. Noch nicht, noch nicht, nee. Ich laufe durch. Das ist schon mal gut. Ich bin in der Höhle. Wie wir hier so voll die Mission Impossible Mission jetzt durchziehen, um uns aufzubauen, ey, krass. Oh Gott, hier sieht man gar nichts hier drin. Da rennt auch schon wieder einer vor mir rum. Oh Mann. Da redet mit denen, die sind alle nett, die wollen doch gar nichts tun. Die wollen doch nur spielen. Redet doch mit ihnen. Versucht es doch auszudiskutieren. Genau. Sollten wir reden, das Spiel, wer noch Kopfgeld hat? Nein, scheiße, bloß nicht, ey. Ich habe kein Kopfgeld. Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. Wir haben, glaube ich, alle Kopfgeld noch. Nee. Die YouTuber und die drei höchsten Level. Ach ja, stimmt, scheiße, ey. Gut, dass du es jetzt gerade noch mal gesagt hast mit dem Schlafsack. Die lege ich dann gleich beim Höhleneingang, lege ich mir einen hin. Oh ja, das dauert, bis so ein scheiß Schlafsack fertig ist, ey. Das ist doch voll die Verarsche hier. Mann, 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 dass das so lange dauert. Hast du, wo hast du deinen abgelegt? Ich habe ihn noch nicht abgelegt. Okay, ich gehe auch noch ein bisschen nach vorne. Ja, ich bin am Ausgang der Höhle, da wo wir hinwollen. Ja, meine lieben Zuschauer, das ist hier nämlich... Oh, hier hat einer ein Zelt aufgestellt. Hier stehen Wände. Hier oben. Aber, aber, oh Gott, scheiße, das ist echt... Da müssen wir echt aufpassen. Hier haben schon Leute sich niedergelassen am Ausgang von der Höhle. Mhm. Uncool. Ja, das ist gefährlich hier. Die wissen also, dass der Spot gut ist. Ja, gut, der Ausgang der Höhle ist immer bekannt, wegen den Ressourcen. Ja. So, ich lege jetzt hier schon mal meinen Schlafsack in so eine Ecke hier. Da ist ein Gigantopedicus drin. Oh, was, echt jetzt? Ja. Wie geil ist denn das? Ja, schnappt ihr den. Nein. Schnappt sie euch. Ihr versteht es nicht. Der ist nicht von mir und auch mich. Ach so. Ach so, scheiße. Aber hier ist ein Pferd. Ich habe Pferd gefunden. Hier sind zwei Pferde. Level 40. Oh, drei Pferde, Alter. Wieso sind da zwei Kanus? Ihr müsst nämlich auch wissen, liebe Zuschauer, es kann jetzt auch sein, dass die neuen Tiere hier auftauchen. Unter anderem auch der Jytheranus, oder? Der kann auch noch auftauchen. Oder hast du ihn komplett rausgenommen jetzt eigentlich? Nein, der kann auftauchen, natürlich. Oh, scheiße. Okay, jetzt bin ich irgendwie an den Kanus vorbei. Nein, ich habe das eine Pferd erschreckt. Dann. Ah. Ist das das Pferd, das du gerade verschreckt hast, das hinter mir herkam? Weiß ich nicht. Weiß nicht, wo du bist. Ich bin auf dem Weg nach unten. Ja, ich auch. Ich versuche gerade einen Kano abzuhängen. Ja, ich auch. Dann lock ihn zu dem Affen. Ja, nee. Ich versuche gerade hier. Nee, es geht an. Oh nein, da ist ein Alu direkt am Felsen da, wo wir vorbei müssen. Oh, der ist immer noch da, der Kano. Scheiße. Wie lange braucht du ein Pferd, um dich abzureagieren? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin gerade bilokal abgelenkt. Okay, alles klar. Das war gut. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass der Alu mich nicht noch aggro macht. Oder ich nicht den Alu aggro mache. Oh nein, der Kano, der ist so krass. Der hat den Paririno getötet. Scheiße. Der liegt an einem High Level. Ja, definitiv. Und da sind drei von denen, ey. So, mein Wasser ist jetzt komplett leer fast. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass hinter dem Felsen hier, dass da jetzt kein T-Rex oder irgendwie Alu-Gruppe gespawnt ist. Ja, es ist natürlich eine Alu-Gruppe da. Ich glaube es nicht, ey. Ja, dann brauche ich jetzt. Ich muss einen Umweg laufen. Oh nein, und da sind Rexe, wo ich lang muss. Und Schlangen. Okay, es kann sein, dass ich gleich jemanden opfern muss um diesen einen Alu. Es ist nur ein Alu, so wie es aussieht. Aber der müsste da eigentlich weg. Der ist genau im Weg. Der ist genau auf dem Weg zwischen... Und da ist ein Rex mitten in der Oase. Der ist kein Problem. Den kannst du Fuß weglocken. Ja, toll, aber ich bin am verdursten. Scheiße. Zwei Rexe sind da. Zwei Rexe. Pferd wird getamed. Okay, dann muss ich das jetzt versuchen, ne? Es hilft nichts. Ich versuch sie... Ich versuch den mal... Oh Gott. Ich hab hinter mir die Kiva zusammenschnappen gehört. Ich versuch die mal zu locken zu den Geiern. Mal gucken, ob ich da was drehen kann. Das Schlimme ist, ich muss jetzt so aufpassen. Wenn ich jetzt weiter renne, dann wäre ich irgendwann bewusstlos. Pferd ist bei 12%. Ich bin in der Höhle, aber ich hab zu wenig Majos bisher. Ich muss es an. Also wie gesagt, wir sind noch mehr Pferde. Wir sind einige. Okay, es hat insofern funktioniert. Die Rexe sind jetzt aggro geworden auf die Geier. Muss ich nur irgendwie versuchen, von den Rexen nochmal ein bisschen weiter weg zu kommen. Ich glaube, ich hab's geschafft. Die Rexe sind zwar noch nicht wirklich weit weg, aber... Ich bin sie zumindest erstmal los von der Oase. Also da sind jetzt zumindest schon mal keine mehr. Ja, sehr schön. Okay, jetzt rein in die Oase. Schnell trinken. Passt auf, ne? Der eine Alu ist noch da. Mein Pferd hier ist 24. Was gibt's ich, Tana? Ich muss ganz dringend trinken. Oh Gott, scheiße, ey. Hattest du ein Kaktus-Set mitgenommen? Ja, ja, hab ich, hab ich, hab ich. Ich weiß nur nicht, ob ich genug dabei hab. Das hab ich jetzt nicht prüfen können. Kann das bei den Pferden halt auch recht schnell besorgen. Ja. So, jetzt erstmal eine Holzfoundation setzen. Da muss ich auch mal gucken, hab ich die überhaupt freigeschaltet? Stimmt. Hab ich. Ja, hab ich, okay. Alles klar. Oh Gott, ich bin so nervös, ey. Aber das Gute ist, in dieser Session hat jeder einen Plan. Also jeder weiß, was zu tun ist. Jeder hat eine Funktion. Lea, sonst noch was halt hier? Ich bin in der Höhne und suche jetzt hier außerhalb ein Pferd. Und ich setze jetzt erstmal gleich ein Bett. Ja, pass auf, halt direkt da, wo wir gedacht haben, direkt am Ausgang von der Höhne. Da ist der Affe. Versuch den mal umzubringen. Ich soll den umbringen? Nee. Aber wenn der Off-Land-Amage-Prevented ist, wird's wohl nicht gehen. Und? Bist du Off-Land-Amage-Prevented? Weiß ich noch nicht. Ich will erstmal mein Bett setzen, bevor ich was ausprobiere. Das ist nur die Idee. Das will ich auch gerne machen, grad. Can't play Structure here? Warum? Warum kann ich hier keine Struktur setzen? Warum geht das nicht? Vielleicht, weil es nah an der Quelle ist? Nein, ich konnte hier immer, als wir das getestet haben, konnte ich hier immer... Ich kann hier nichts setzen. Ich kann nichts platzieren hier. Warum nicht? Kein Play Structure hier. Warum? Hat hier einer was gebaut irgendwo? Dann wäre... So close to enemy Foundation Arcade. Scheiße! Ich weiß, warum das nicht geht. Seit dem Update ist jetzt hier ein Explorer-Note. Wahrscheinlich geht's deswegen nicht. Der war vorher nie hier. Geh ein bisschen zur Seite irgendwo. Genau. Hab ich schon. Hier ist ein 112er-Pferd. Das ist mir jetzt aber weggelaufen. Das ist zu lang. Boah, das musst du merken. Das musst du merken. Ja, für die Karotte. Ey, scheiße. Mein Pferd ist bei 8.3. Wie weit muss ich denn hier weggehen, ey? Ah, hier geht's. Oh Gott. Geh hoch zu den... Nee, nee, nee. Ich hab's schon gefunden. Ich hab's schon gefunden. Ich muss echt weit weggehen, aber es geht eigentlich noch. Dann ist okay. Alter, aber das war jetzt so ein kleiner Schock-Moment hier. Weil das war so nicht geplant eigentlich. So, ich bin hier wieder schon... Es sind schon wieder zwei Rechse. Ey, was ist das denn hier gerade? Gleich haben wir Pferde und können wir die weglaufen. Ja, ich muss das Pferd erst wieder neu einfangen. Das hat sich jetzt hoffentlich beruhigt. Die laufen hier wieder in die Oase rein, die Rechse. Das gibt's doch gar nicht. Schweinerei! Beruhigt. Ich muss hier Dings... Ich muss hier Mörser machen. Oh, schnell. Schnell, schnell, schnell. Gib mir Steinen, gib mir Steinen. Kein Flint, kein Sand. Ich brauch Steine. Scheiße, schnell. Gib mir Steine. Warum krieg gar die Steine? Jetzt. Action! Voll die Action! Es ist auch nämlich gerade schön kalt hier. Ich habe keine große Flamme. Deswegen muss ich das jetzt schnell machen hier. Nein, jetzt. Warum habe ich jetzt den Kaktussepp gegessen? Nicht blöd, Mann. Weil ich wieder die Tasten vertauscht habe. Ah, Rex kommt! Muss ich ihn weglocken. Scheiße. Oh, ey. Ohne Witz, hey. So viele Viecher hier. Das gibt's gar nicht. Es ist so überlaufen gerade hier mit Viechern. Das gibt es nicht. Also, Rechse sind gerade ultra nervig hier. Da ist ein Arschwasserkäfer. Nice. Schnell zum Arschwasserkäfer. Dann kann ich wieder ein bisschen mehr rennen. Komm, 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 komm. Flieg jetzt bloß nicht weg, du kleines Mistvieh. Nein, lass mich trinken. Oh Gott. Okay, der Rex hat mich verloren. Jetzt versuche ich mitten durch wieder zurück zu rennen. Hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Also einer von den dreien, die da rumlaufen. Oh ja, es sind wieder Geier gespawnt. Das ist gut. Die kann man immer so ein bisschen als Schutzschild benutzen. Der Rex hat mich gesehen. Nee. Also ich habe erst 11% jetzt Tamingfortschritt. Ich habe 57. Komm schon, komm schon. Kann ich schon mal wieder ein bisschen Stuff mitnehmen. Das ist gut. Okay, der Rex, der eine, der läuft jetzt ein bisschen weg. Das ist gut, das kann ich jetzt nutzen. Du hast, glaube ich, das 40er Pferd erwischt vor uns. Ja, ja, da war ja nur das hier und dann noch das 112er. Ja. Wir haben verdursten, ey, alter. Lea, bist du schon an uns vorbei? Was? Ähm, ich bin noch nicht in der Höhle, nein. Schnell, ich brauche... Oh Gott, ich muss trinken. Ich überlege gerade, ich mache mal den Explorer Note auf. Dann kriege ich gleich mal ein bisschen... Kriege gleich noch ein bisschen XP Boost hier. Wenn ich jetzt hier crafte die ganze Zeit. Ich crafte. Der Insider, den keiner versteht. Ich fliege gerade ein bisschen durch die Gegend und schaue, ob da irgendwo Strukturen sinnlos in der Gegend stehen. Ja, das ist gut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl... Ich muss vielleicht mal kurz dazu erklären. Wir haben einen kleinen Zweizower, wo wir diese ganze Taktik schon mal so ein bisschen durchgegangen sind. Und da ging das irgendwie mit dem Holz so ein bisschen schneller. Ich weiß auch nicht. Vielleicht wurde das wieder verändert jetzt beim letzten Patch, dass es nicht mehr ganz so schnell geht irgendwie alles. Oh nein, wie viel muss ich denn hier schon wieder wegwerfen? Das gibt es doch alles nicht. Warte mal, ich kann doch direkt craften. Ist das ganz schwarze Pferd, glaub ich, was 112 ist? Oder? Ganz schwarz war es, glaube ich, nicht. Nein. Also hier ist auch eins. Ich habe es halt nur aus dem Augenblick nicht gesehen. Aber das war richtig dünnter. Ach, das gibt es doch nicht. Jetzt hat mich dieser dämliche Kanu gefressen. Ja, ich verstehe es auch gerade nicht. Moment. 80% Tailing. Jetzt kann ich endlich mich wieder bewegen. 20%. Doch mit den Bären bei mir ganz knapp passen. Aber ich habe noch genug andere. Ja, das dauert ewig mit anderen. Ja, ich werde wahrscheinlich auf 97% kommen mit Major Berries. Bester mit anderen Bären machen. Knapp ist ja eh unser Markenzeichen so ein bisschen. Leben am Limit. Ja, wirklich. Gottes Willen. Ich habe aber auch wirklich mehrere hundert Bärenstacks so weg, also hunderter Stacks weggeworfen. Bestimmt um die 30 Stacks und habe insgesamt 40 Mejos bekommen. Unfair. Ich kann die Mejos, ah, ich kann sie in den Mörser packen. Das ist gut, da wäre ich ein bisschen leichter. Warum habe ich denn 100 Steine dabei? Wo kommen die denn wieder her, ey? Belasten mich doch nur unnötig. Das ist so belastend. So heftig belastend. Nein, ich bin schon wieder voll eng. Guck. Bleib schöner stehen. Vielleicht schlägt dein Pferd aus und haut mich vom Pferd runter oder so. Ja. Irgendwann wird mir das so hart zum Verhängnis, dass ich ständig irgendwelche Steine im Inventar habe. Spätestens wenn ein Rex Hallo sagen kommt. Tja, weil wir auf dem Server eh schon langsamer unterwegs sind. Ja wirklich, das stimmt. Ach, wie ich immer E drücke, um die Sachen zu verschieben, ey. Ganz schlimm. Warum mache ich denn sowas? Ich habe glaube ich nicht genug Kaktussepp. Wir brauchen ganz dringend Kaktussepp. Ich habe nicht mehr, ich habe nicht genug mitgenommen. Ich muss gleich besorgen, sobald das Pferd fertig ist. Sonst kann ich keine Hütte bauen hier. Pferd mich noch einmal fest. Bei 34. Hier sind schon wieder Rexe am Start. 99%. Ich bin bis jetzt keinmal, ja jetzt, ich bin keinmal richtig abgestiegen. Ach cool, man kriegt jetzt die richtigen Erfolge. Also man kann jetzt tatsächlich die Erfolge kriegen. Ja, Achievements. Ja, ich habe auch gerade eins gekriegt, als ich den Explorer Note aufgemacht habe. Ja, wir sind halt solche Arct-Moops, die wissen nicht mal, wie man auch richtig auf einem Pferd haltet. Oder auf dem Tier. Und da, was da hängt, das ist das 112 Ballons, das da hängt. Ja, das müsste das sein. Das ist ja cool, dass es da hängt, ne? Das lassen wir mal da hängen. Ja, soll ich jetzt direkt Kaktussepp holen? Ja, auf jeden Fall Kaktussepp. Boah, wie krass ich jetzt hier Punkte gekriegt habe, hier XP. Weil ich einfach hier den Explorer Note die ganze Zeit am Start habe, hier beim Craften. Und Lones, da hast du schon wieder eine Foundation mit einem Deck gebaut, anstatt einem Schlafsack. Natürlich, mache ich immer. Jetzt mal hier die Leute oben besuchen. Ein Programmer hat mich gerade getötet. Ach, mit mir hat er zwei Mannes gesprochen. Los Mongos. Warte mal, kann ich die... Los Polos Hermanos. Warum geh ich durch die Tür, wenn die Wände noch nicht komplett aufgebaut sind? Das ist gute Erziehung. Nein, das ist gute Erziehung. So, ähm... Auf jeden Fall ne Decke. Und auf jeden Fall noch ne Wand. Oh, oh, oh. Hab ich Stunnern gehört? Nee. Shadow, hast du bekannte Leute gefunden? Ähm... Nee. Nicht richtig. Der Affe ist übrigens, der wird 85. Toll. Der gehört nicht uns. Das ist ne Frechheit. Und ich hab jetzt ne fast vollständige Desert-Rust. Yay! Was, wo hast du die denn jetzt hier? Achso, du hast die... Hast du jemanden gefühlt? Nee, der... Der Typ, der lag da einfach rum. Und dann dachte ich mir so, du kannst den ehem fliegen lassen. Der Typ lag da einfach rum. Und da hab ich mir gedacht... So fangen die Storys immer an. Diese Geschichtchen. So, Frau Holz. Also ich glaub, ich kann die Hütte doch noch... ...recht gut fertig kriegen, tatsächlich. So halbwegs zumindest. Das Nötigste. Nur ausbauen kann ich's halt nicht ohne Kaktussepp. Ja, ich... Ich bin schon unterwegs mit Kaktussepp holen. Ähm... Kann ihn dir übers Team schreiben, wer... Ja, das ist richtig. Hier ist ein Rex direkt vor meiner... ...Butze jetzt. Gott sei Dank hab ich komplett alles schon zugebaut. Bleib jetzt den Rest der Session da drin. Komm bloß nicht raus. Ich komm mir vor wie der Anwalt auf dem Klo. Boah, der Rex steht vor der Tür. Und an dieser Stelle ist diese Folge Ark Outlaws zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Outlaws. Dann verfolgen wir weiter unseren Plan, uns aufzubauen. Bis dann, ciao, ciao. Hast du dich bewegt in dem Haus? Kann nur Bewegung sehen, ne? Weißt du? Was ist natürlich nicht... Da, ist tatsächlich ... Vielen Dank.